Wir machen eine Übung zur Statistik, also Modal, Median, Kreisdiagramm, Prozentrechnung brauchen wir da alles. Und zwar, wie es hier steht, wahlberechtigt waren 2 Millionen Menschen, aber es sind wirklich nur hingegangen zur Wahl 800.000 Menschen. Die A-Partei, wir nennen sie jetzt mal einfach ABC, damit wir keine besondere Wertung hier treffen, könnte auch CDU, SPD oder sonst was da stehen. Das ist jetzt unwichtig, ABCDE und so weiter. A-Partei haben 230.000 Menschen gewählt, B-Partei 170.000, C waren 320.000 und D-Partei haben nur 40.000 Leute gewählt. Ich habe die schon mal bunt gekennzeichnet. Wir suchen die Wahlbeteiligung, wie viele Leute sind wirklich hingegangen. Dann den Modalwert, Medianwert und ein Tortendiagramm wollen wir machen. Eine Frage, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Das ist jedem seine eigene Sache, was der wählt. Also, ist der Median eigentlich sinnvoll? Natürlich nicht. Der Median, der sagt was über die Qualität aus und hier geht es pur um die Qualität von wegen richtig und falsch. Da ist der Modalwert einer der spannenden. Aber wir können nicht sagen, wenn wir einen Medianwert von so und so rauskriegen, dann ist das nicht besonders gut oder so. Das darf man so nicht machen. Kommen wir mal zur Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ist leicht auszurechnen. 800.000 sind hingegangen, 2 Millionen hätten wen wählen können. Also rechne ich die durcheinander und komme auf eine Wahlbeteiligung von 40%. Kann man leicht sehen. Hier gibt es eine Frage, warum? Genau, man hätte das auch mit Grundwert und so weiter machen können. Ich habe das hier mal schon abgekürzt. Das war mal die Schnelle. Das ist dann typisch Praxis, wenn man sich ganz sicher ist. Wir kommen mal weiter. Modalwert ist klar. Der riecht hier richtig. 320 ist mehr als alles andere. Das heißt, es wird die Partei sein, die dann bestimmt, wo es langläuft. Weil sie meisten sind. Eindeutig hier. Das ist der Modalwert. Wer sticht heraus? Wer bestimmt den Modus? Wie geht es weiter? Wer sagt, wie es langläuft? Hier 320.000. Bis dahin nicht schlimm. So, jetzt muss ich mal versuchen, den Median irgendwie hinzubasteln. Und habe gesagt, wenn ich den Modalwert zuerst ausrechne, bin ich in der guten Lage, den gleich vorne ranmalen zu können. Ich habe hier bei 320.000 3,2 cm gewählt. 1, 2, 3 und dann. Dementsprechend habe ich dann A, B, C hinterher eingeordnet. Aber die Gesamtlänge muss 7,6 cm sein. Und wenn ich die durch 2 teile, lande ich bei 3,8 cm, wo ich genau meinen Median ablese. Und das ist Quatsch. Dieser Wert ist Blödsinn. Gibt es eine Frage? In diesem Fall ist der Medianwert also totaler Quatsch. Das hat hier wirklich nichts mit der Realität zu tun. Tja, der Median ist Partei A. Aber was nützt mir das? C bestimmt sowieso, wo es langläuft. Hier ist der Median Blödsinn. Aber eins werden wir machen müssen. Für ein Kreisdiagramm, wie die Sitze verteilt sind im Parlament. Das ist nämlich dann das Spannende. Da müssen wir sagen, die gesamten gültigen Stimmen sind 760.000. Weitere 40.000, die haben einen Zettel zerrissen. Die haben mehrere Parteien auf dem Maler angekreuzt. Die haben draufgeschrieben, ich wähle euch nicht oder irgend sowas. Nennt man ungültige Stimmen. Wie bereite ich das jetzt aber vor? Jetzt muss ich mit der relativen Häufigkeit arbeiten. Relative Häufigkeit, ich habe das mal in der Tabelle beordnet. Heißt, ich sage, der Anteil 230.000, 760.000 Stel. Wenn ich mal hier die Nullen alle weg streiche, hier nochmal deutlicher, hier, die Nullen weg, die Nullen weg und auch die schon, dann habe ich eigentlich plus 23.000, 76.000. 23 durch 76 ist 0,302. 30,2 Prozent. Kann man dann so ausrechnen. Jetzt hier. Jetzt schreibe ich gar nicht erst 170.000, 760.000 Stel, sondern 17,76. Und hier, Achtung, hier hinten aber nur 4,76. Und rechne dann mit Nebenrechnungen aus, dass das entsprechende Prozente sind. Nochmal hier. 302 steht hinter dem Komma. Das sind die Prozente und Komma 2. So setze ich es zusammen. Jetzt muss ich noch eins machen. Jetzt muss ich die prozentuale Verteilung nochmal kontrollieren. Sind das insgesamt 100 Prozent? Nochmal schnell. 30,2, das sind 52,6. 52,7. 94,7. 95,100. Passt. Ich habe also volle 100 Prozent, die ich dann aufteilen kann. Achtung, hier. Das ist aber der Wert. Denn ich will ja nicht wissen, wer seinen Zettel zerrissen hat. Das wäre Blödsinn. Und mit diesen Werten kann ich jetzt die Gradzahlen ausrechnen. Indem ich sage, 360 Grad sind 100 Prozent. Und A-Partei wie Alpha hier entspricht dann Alpha zu 30,2 Prozent. Das muss ich dann wieder ausrechnen. Das muss ich auch ausrechnen und so weiter. Und dann kann ich mein entsprechendes Diagramm machen. Höchstwahrscheinlich. Auch hier wird der Modalwert der größte Anteil sein. 42,1 Prozent. Hier gibt es mir noch eine Frage. So, jetzt. Wenn ich das in geraden ausgerechnet habe. Ich habe das uns jetzt mal spart hier mit einer Nebenrechnung. Ich habe es jetzt mal schnell mit dem Taschenrechner gemacht. Dann komme ich auf diese Verteilung. Jetzt könnte ich das farbig machen. Dann wird es natürlich noch ein bisschen deutlicher. Verzichte ich jetzt drauf. Wir sagen bloß, bei der Größe dieser Aufgabe, da finden wir die Statistik so. Nämlich? I-S! Schönen Feierabend!